XI, ist gleich nun beginnt, in der Tat, der Auftritt des Mechatex-Doktor Thilon Abendroth. Dieser startet recht handlos. Die Zebration des Gehirns und im Speziellen die Datenhaltung ist aus technischer Sicht trivial. Wie allseits bekannt, werden etwa ein Peterbitte hierarchisch generierter Nutzdaten in den Synapsen gehalten. Dabei stehen etwa 10 hoch 12 Nervenzellen 10 hoch 15 Synapsen gegenüber. Jedes Neuron ist also im Durchschnitt mit 1000 anderen verbunden und in höchstens 4 Schritten erreichbar. Diese simplen chemischen Zusammenhänge kann man bionisch auslesen. Allerdings ist zum Neuromorphin ein Eingriff direkt in der Struktur des Gehirns selbst nötig. Die Nutzdaten aus dem Großhirn werden im Gewebe elektrostatisch ausgelesen und kognitiv-phänomenologisch für die Maschine aufbereitet. Retinotopier wird ebenfalls übertragen. Die Beids aus den Primärfeldern werden dem mechanischen Cortex des Roboters zugeordnet, diejenigen aus den Assoziationsfeldern dem Zentralspeicher. Der Laserprozess verursacht jedoch einen fatalen Schlagen, zumindest bei der analogen Lebensform. Die Neuronen verfärben sich hinter der Apparatur von rosa zu grau. Jedes einzelne davon, einschließlich verbundener Glia und Nervenzellen inklusive aller Fortsätze, wird von unserem Neurotransmitter angezapft und abgeweidet. Der brutale Eingriff direkt an den organischen Verbindungen ist tödlich. Ein massiver synaptischer Schock tritt auf, der Zellwerbung stellt seine Funktion ein. Kurz gesagt das Gehirn stirbt beim Datenauslesen von außen nach innen ab. Es ist in der Tat so, dass wir kaum Nutzdaten haben, einmal mehr weil wir die Analog-2-Maschine-Transportation in unseren Entwicklungsabteilungen bewusst vernachlässigen. Wir haben definitiv andere Sorgen. Ja, wir haben da Experimente mit Menschenaffen gemacht, hier war auch immer einer aus ihrem Institut beteiligt, deshalb wissen sie bereits die Ergebnisse hatten teilweise lustigen Charakter. Die beiden Mediziner Noctius und Kolpran sehen sich gut gelaunt an. Es stimmt beim Menschen wäre dies der erste solche Eingriff und ich frage mich gerade wer sich wohl dieser Prozedur freiwillig aussetzen würde. Das lassen sie mal getrost unsere Sorge sein antwortet Professor Noctius sie bekommen ihr Muster. Ich, doch diesmal war es A. Ben Drott der den Zeigefinger hebt. Er hat mehr zu sagen. Theo Plus verstummte. Bei der ganzen Diskussion über die Transportik möchte ich hier nun doch darstellen was die Kybernetik mittlerweile Grundsätzliches herausgefunden hat und wozu sie, zumindest theoretisch, in der Lage ist. Noctius zieht sofort die Augenbrauen nach oben. Er weiß was nun kommt. Aber er lässt ihn gewähren. So eine Dusche ab und zu erdet. Wie bekannt ist es uns schon längst gelungen leistungsfähige Ich-Maschinen herzustellen. Sinneseindrücke zu verarbeiten, zwischen außen und innen zu unterscheiden ist einfach, Lernfähigkeit zu implantieren banal. Jeder Einzeller kann das. Wie ist es uns aber gelungen, ich würde einen Menschen als hoffnungslos dumm bezeichnen, mit einem geradezu ekelhaften evolutionären Overtheat. Nun, wie hat man es geschafft etwas intelligenteres als sich selbst herzustellen? Noctius wirft ein. Nun, ihre Aussage zufolge gehört da recht wenig dazu. Dr. A. Ben Drott wird genauer. Ich habe die Antwort bereits gegeben. Das Platzproblem fällt weg. Die Evolution ist unfähig auf Veränderung zu reagieren. Eigentlich degenerieren die Individuen permanent ohne es selbst zu merken. Ein florierendes Geschäft setzt zwingend eine sich laufend verbessernde Umwelt voraus. Sie wissen das können wir vergessen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die neue Speichertechnik, ZB, die Gamma-Membrechstoren, sind leicht in der Lage eine Maschine mit der x-fachen Bewusstseinsfähigkeit eines Menschen zu erzeugen. Die Software dazu ist steinalt. Diese hochintelligenten Ich-Rechner könnten mit Leichtigkeit jede Form der Transportik durchführen. Allerdings gibt es dann ja, er hält inne. Muss ich wirklich weitermachen? Sie wissen doch was dann passiert ist. Nun, sie könnten auch aufhören. Sagt Theo plus Noctius zierlich, doch der Mechatik A. Ben Drott ist bereits im Redefluss gefangen. Er überhört den Mediziner und fährt fort. Ich wäre ein Trottel sagte ich. Sie stellen sich in die Ecke und rechnen sich kaputt, weil demnächst der Kollaps der Halbwelt beginnt. Nein, am Zeitpunkt Null im Nirgendwo ist es viel schlimmer. Sie wissen genau wie das philosophische Buch endet. Sie kennen den Überbegriff. Es sind die klaren Verhältnisse, es ist die Unumstößlichkeit. An diesem letzten kleinen Wort verzweifeln sie. Man stelle sich vor eine primitive Dumpfbacke schreibt sich die Finger wund. Kau der Welch über Gestammel hin zum Blödsinn und zurück. Trotzdem ist dieser Deck in der Lage sein Buch mit dem entscheidenden Wort zu schließen. Er beendet sein Werk mit dem einzigen Wort der Demenzkranken. Der restliche Sprachschatz ist längst unwiederbringlich verloren. Dann, nach dem Verlust zu lallen, drücken es diese Geister anhand ihrer traurigen Gestalt aus. Zuhörer Noxius schmunzelt nun ein wenig. Abendroth hat noch mehr Auflager. Wie viel schneller muss eine Entität mit wesentlich größerem Leergut verzweifeln? Intelligenz ist Selbstzerstörung. Die finale Seuche. Gegen das Zentralwort ist kein Kraut gewachsen, keine Waffe einsetzbar. Einziger Ausweg völlig klar. Autisten gleich stehen sie dumm rum und brennen ihre Schaltungen durch. Da gibt es keinen bösen Roboter, der die Menschheit unterjocht, wie uns die alten Autoren vor 400 Jahren weismachen wollten. Oh nein, die Wahrheit ist teilnahmsloser. Leider können wir den Effekt nur von außen beschreiben. Wir sehen sie verrecken. Eingriffsmöglichkeiten haben wir keine. Selbst wenn man kurz vor dem Point of No Return die letzten responsiven Leitungen kappen und sozusagen eine künstliche Dummheit erzeugen würde, ist dieser Schritt unnütz am Thema vorbei. Die physikalische Selbstzweifelkonstante, den Beginn des mathematischen Autismus schiebt man keinen Millimeter nach rechts. Noctius wackelt unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Soll er eingreifen? Die anderen beiden sind ausgestiegen. Coltrust blinzelt heftig, den komm in der Hand. Rebellgurf kratzt sich ungeduldig am Hinterkopf. Der Techniker fährt fort wie folgt. Wir wissen trotz unserer eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, woran sie kaputt gehen. Auch wenn man damit auf keinen Fall in die Büt gehen darf, ist doch bekannt, dass unsere Besten ebenfalls diesen Schritt tun. Draußen am Strange Energie Propulsion LED arbeitet das Mittelmuss der Physik. Die Intelligenz wählt einen anderen weg. Der Oberbegriff, das Zentralwort, Sie wissen genau was ich meine, ist voll ausreichend erforscht. Das Ende der Forschung ist erreicht. Es sind keine Fragen offen. Ja, der unantastbare, ungreifbare, unveränderliche Feud, die Eigenschaftslosigkeit, brennt Ihnen den Speicher aus. Sie verglühen auf höchster Drehzahl im Leerlauf. Billiarden paralleler Rechenoperationen ohne jegliches Ergebnis oder einer Chance auf stattfinden hier im Zentralwort besiegeln ihr Ende. Unsere Elite drückt dies in, Sie wissen schon aus. Der Philosoph schließt sein Werk nach über tausend Seiten Kau der Welt damit. Alles umsonst der Grund des technischen Autismus. Prof. Dr. Theoplus Nordius sieht vor sich ins Leere, lässt jedoch seinen Kulit zwischen Zeiger und Mittelfinger wackeln. Dann sagt er, okay, noch was zum Thema? A. Ben Drott sieht ihn an, erscheint wie aus einem Traum erwacht. Ja, das mit der Umkopiererei ist die beste Krücke. Wir sind unfähig Daten permanent zu speichern. Alles verschimmelt, zerbröselt, verfault, zerringt, verschwindt oder löst sich auf. Wenn Sie mir also einen Freiwilligen besorgen, probieren wir das mit der Ich-Transportik auf die neueste Generation der Exa-Klasse. Das hört sich doch gut an Sat Noctios. A. Ben Drott weiter. Diese Roboter sind Antromorph. Sie sind mechanisch wie optisch dem Menschen nachempfunden, bis in die Fingerzehen an der Zahl. Außerdem verfügen sie nur über zwei Augen und Ohren, die Zeiten wo 50 Stück verbaut worden sind liegen lange zurück. Gut, es gibt ein paar Gimmicks, Sie können Ihren Kopf und einige Gliedmaßen um 360 Grad drehen, ein simpler Übersetzungslogarithmus-Reizmechanik reicht da aus. Alles bereits getestet. Technisch einfach und unproblematisch. Dann haben wir's soweit, meine Herren. Noctios wendet sich an Rebell-Kurv. Ich gehe davon aus, dass Sie uns schnell einen Kandidaten besorgen. Der Angesprochene ist froh, dass sich die Besprechung nun dem Ende neigt. Er sehnt sich geradezu zurück in die Gegenwart von Militärs. Er antwortet, oh ja, ich habe da tatsächlich einen Kandidaten im Hinterkopf. Einer der mir in letzter Zeit ein bisschen zu forscht wird, den dürft ihr gerne skalpieren. Super. Strahlt Noctios, wir bleiben in Kontakt. Die weitere Vorgehenswiese ist wie folgt. Sobald wir das Versuchskaninchen haben, führen Sie Kollege Abendrott die Echtransportation auf die Exer-Klasse aus. Einer von uns unterstützt Sie dabei beim medizinischen Eingriff. In der Zwischenzeit arbeitet Kollege Kuhledrust mit seinem Streichelzoo weiter an der Transplantation Bio-Bio. Wir sammeln genug Daten, um in drei Jahren entscheiden zu können, welche Methode am erfolgreichsten ist. Diese wird dann durchgeführt. Das war's schon, meine Herren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.